Herzlich Willkommen KuchenTV OneKart Zuschauer Wir gucken heute mein Statement zum Peso Drop Ich hab das so am Rande mitbekommen Es gab wohl einen neuen Drop und viele Bestellungen wurden irgendwie storniert Weil die fälschlicherweise als Bot gekennzeichnet worden sind Kennt man ja leider diese Idioten, die wenn so Drops rauskommen Mit Bots irgendwie 10.000 Sachen kaufen Damit es halt weniger auf dem Markt gibt Und die das dann teuer verkaufen können Finde ich ehrlich gesagt auch absolut Also menschlich absolut widerlich Es gab auch mal so einen Typ, der hat das extra dann so gemacht Dass der quasi Schuhe, also Schuhe verkaufen wollte Und der hat dann das quasi, hat aber Bilder davon verkauft Und diese ganzen Bot-Leute sind darauf reingefallen Und haben dann teilweise tausend Abzüge von diesen Bildern gekauft Leider hat er dann teilweise denen auch das Geld zurückerstattet Weil ich hätte gesagt, Digga, fick dich So, selber schuld Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir Ja, das hier ist ein super spontanes Video Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt direkt heute hochladen werde Oder morgen Das ist auch nicht nur ein Statement Sondern eher ein Video, wo ich einfach eure Meinung wissen will Weil ich zusammen mit euch eine Lösung finde Ich... Ja, kann auch mal Also kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr als Kind irgendwie Scheiß gebaut habt oder so Und dann habt ihr so ein unangenehmes Gefühl im Magen Und wisst nicht so, was ihr machen wollt Ja, ich finde Justin sollte nicht Oversize tragen Irgendwie, meine Meinung Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals so ein Video machen musste Oder gedacht, dass ich nochmal ein Statement zu Käse oder so machen muss Weil ich mir dachte, dass halt eigentlich jetzt alles funktionieren würde Ist jetzt leider nicht der Fall Ich erkläre euch erstmal Grund auf meine Situation Versucht bitte, mich zu verstehen Und bleib bitte auch bis zum Ende dran Weil ich sage halt wichtige Sachen Und möchte mit euch auch so über die Zukunft reden Und auch eure Meinung wissen Deswegen schreibt mir bitte konstruktive Kritik in die Kommentare Erstmal möchte ich bei allen Leuten entschuldigen Hat einfach in dem Raum, was man sieht Einfach nur ein Sofa und das war's Die unglücklich aus dem Drop rausgegangen sind Das ist mit keinem abgeklärt Ich habe mir nicht zurechtgeschrieben Ich freestyle jetzt einfach drauf los Und hoffe, dass das halbwegs Sinn ergibt Was ich überhaupt sage Ich war gerade auch noch mit Kollegen in der Stadt Also Victor und Jason sind so nach Köln gekommen Wir wollten eigentlich so den Tag über chillen Und mir geht es einfach den ganzen Tag scheiße Weil ich einfach mir so Sachen durchlesen muss Wo ich mir einfach mal denke Ey, Alter, das hat keiner verdient Natürlich gibt es auch Sachen, die man verdient hat Und zum Beispiel gibt es Leute, die haben, keine Ahnung, sechs Bestellungen gemacht Zwei T-Shirts, zwei Trackpens und so weiter Und wir haben einfach gesagt Wenn jemand mehr als drei, vier Sachen bestellt Werden alle Bestellungen storniert Weil einfach das Risiko zu hoch ist, dass es jemand resellen will Ausgangssituation ist ja erstmal Das werdet ihr, denke ich, auch alle verstehen Würde ich gar keine Bot Protection in mein System einpflegen Und jeder Bot könnte auch Also jeder Typ könnte einfach mit Bot kaufen Dann gäbe es keinen Stornus Und ich hätte es einfacher Ich müsste keine Mitarbeiter bezahlen Die bis nachts sitzen Vier Mitarbeiter sitzen bis nachts Da gucken jede Bestellung nochmal zusätzlich manuell durch Ob da was durchgerutscht ist Durch die Bot Protection Und jemand auf die gleiche Adresse Irgendwie acht Bestellungen hat oder sowas Und ich würde einfach leichteres Geld verdienen Darum geht es mir aber nicht Es geht mir nicht darum Wie kann ich jetzt am schnellsten leicht Geld verdienen Sondern ich möchte einfach, dass es fair ist Und leider sind jetzt auch Nachrichten durchgekommen Wie zum Beispiel Ey, ich habe für mich privat ein T-Shirt bestellt Und die Bestellung wurde storniert Vom gestrigen Drop Und Tja, ein neuer Drop Also ich weiß nicht, wie das passiert war Ich habe gesagt, bitte kein Adblock benutzen Bitte Cookies zulassen Und keine Autofill benutzen Vielleicht haben die das gemacht oder so By the way haben Mitarbeiter auch von mir Bestellungen storniert Die die auf Ebay gefunden haben Das heißt, wenn jemand jetzt Keine Ahnung Gesagt hat Der kommt aus einem Dorf XY mit der und der Postleitzahl Und der verkauft drei T-Shirts in M Oder sag ich mal zwei T-Shirts in M Und wir finden genau diese Postleitzahl Und die dazugehörige Bestellung Alter Reaper GE Dankeschön für die 30 Euro Mach weit jutes damit, mein Jungen Dankeschön Vielen lieben Dank für die Unterstützung Es ist ja gerade Steam Summer Sale Ich denke, da werde ich mal gucken Was da so geht Dankeschön Ja, also ich persönlich Kann Justin Dite auf jeden Fall verstehen Natürlich trifft es vielleicht auch Ein, zwei Leute Die es halt nicht verdient haben Oder die tatsächlich auch Normal eingekauft haben Ich kann ihn aber komplett verstehen Also ich finde auch Diese Reseller sind halt einfach Sind halt einfach der letzte Dreck Meiner Meinung nach Also Reseller nicht Nein, das ist falsch Sorry Die Bots, die Bots nutzen Genau, Resellen ist cool Kann man auch viel Geld mitmachen Das ist okay Genau, es geht mir nur um die Leute Die halt dann mit Bots Irgendwie tausende Sachen einkaufen Oder halt versuchen So viel wie möglich zu kriegen Um es dann halt irgendwie weiter zu verkaufen Das geht natürlich Meiner Meinung nach nicht Und ich finde auch nicht Dass man sich Dass man sich an dieser Stelle An Justin Dass man da Justin kritisieren muss Sondern im Endeffekt Muss man halt einfach Ja, diese Reseller halt kritisieren Die da halt mit Bots einkaufen So Das finde ich halt persönlich Viel, viel schlimmer So Und dass Justin dann da Eine Protection einbaut Ist doch klar Weil sonst Keine Ahnung Würden die meisten Die sich da was bestellen Vielleicht auch gar nichts bekommen Weil die Sachen innerhalb von Minuten weg sind So Das heißt Es ist doch viel, viel besser Oder natürlich ist es dann halt Pech Wenn es mal jemanden trifft Der es halt nicht verdient hat Aber dafür hast du überhaupt die Chance Was zu bekommen So Und beim nächsten Mal trifft es dich nicht Aber du trichst halt trotzdem die Sachen Ohne dass die halt fünfmal teurer verkauft werden Dass zwei T-Shirts vollkommen okay sind Aber wenn wir sehen Dass er die direkt resellt Haben wir diese Bestellung auch gesterniert Weil es geht mir einfach auf die Eier Ich möchte einfach Dass die Leute Die die Sachen haben möchten Zum Privat tragen Die haben bekommen Im Grunde genommen Im Grunde genommen habe ich mir jetzt selber So einen Strich durch die Rechnung gemacht Und habe diese Bob Protection reingehauen Und die ist anscheinend so hypersensibel Dass auch unschuldige Leute die Bestellung schon hier bekommen Und das ist einfach scheiße Auch für euch Ich kann es 100% verstehen Wenn man abgefuckt ist Ich Also Deswegen möchte ich mit euch jetzt eine Lösung finden Wir haben Ich erkläre euch ursprünglich das Konzept hinter der Kollektion Wir haben uns überlegt Okay Wir haben am Black Friday 32.000 Sachen verkauft Heißt Das war unlimited am Black Friday Jeder der wollte Konnte bestellen Wir haben diesmal mehr als 32.000 Sachen produziert Also weitaus Haben uns gedacht Lass es vielleicht mal so machen Dass es nicht sold out geht Vielleicht direkt Sondern wir über die Woche sehen Was so an Tagesgeschäft reinkommt Wie das so ist Wenn Peso länger zu kaufen ist Im Grunde genommen kann 32.000 Stücke an einem Tag zu verkaufen Ist schon relativ heftig Vor allem das was die Also ich glaube die Sachen kosten Also 60 bis 80 Euro Glaube ich im Durchschnitt Wenn du mal so überlegst Keine Ahnung 70 Euro Mal 32.000 Kommt schon mal ganz gut was bei Ich bin jetzt nicht mehr darüber freuen Dass es nicht so war Wir hatten so viele Sachen Und die waren trotzdem Direkt sold out Leute sitzen 8 Minuten in der Warteschlange Und bekommen dann nichts Weil alle Leute in der Warteschlange sind Von Paypal Und ich weiß nicht Was ich noch tun kann Ich erhöhe jedes Mal die Stückzahlen Und jetzt haben wir die so drastisch erhöht Sogar noch höher als Beim letzten Black Friday Wo jeder der was wollte Was soll ich da noch machen Ich kann jetzt nicht 200.000 Sachen produzieren Und dann bleiben keine Ahnung 80.000 übrig Oder 100.000 Weiß ich jetzt nicht Keine Ahnung Ich kann es nicht einschätzen Ich möchte euch aber auch nicht nochmal In den Black Friday Ja gut ich weiß nicht Also ich persönlich muss auch sagen Also wir haben da auch zum Beispiel Wir machen ja auch Also der Merch kommt übrigens jetzt wirklich bald Also wir haben jetzt schon diese Woche Wieder gut was geklärt Ist nicht mehr so viel Was man noch machen muss Ähm Ähm Ja das Ding ist halt einfach Was man Ähm Ich persönlich feiere dieses Dropmäßige halt Eigentlich auch nicht So muss ich sagen Ähm Weil ich finde es auch cooler Zum Beispiel wenn ich jetzt bei Ist natürlich jetzt was anderes Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Lacoste einkaufe Oder IntoDM Oder Hugo Boss oder sowas So dann gehe ich halt auf die Webseite Und die haben da halt Ja so 50 verschiedene Sachen Und ich kann mir halt einfach Eins davon aussuchen So und ich muss halt nicht hoffen Ähm Ich muss halt nicht hoffen Dass ich halt Durch Glück irgendwie Da irgendwas kriege Sondern ich kann da halt hingehen Jetzt haben die zum Beispiel auch Alle Summer Sale und so weiter Ne und kann da halt einfach Ähm Meine Sachen kriegen so Und das finde ich halt viel chilliger Als wenn man so sagt Ja hier Kommt der neue Drop Mit den limitierten Sachen Und entweder du kriegst es Oder du kriegst es halt nicht Ich weiß nicht Ich feiere das halt persönlich nicht so Ja diese künstliche Verknappung halt Im Endeffekt Ne Weil halt klar ist Wenn der Drop kommt so Dann müssen halt alle In diesem Moment kaufen Weil sonst ist es halt weg Also die kommen halt Dieses Jahr wieder Am Black Friday Jeder das will kann was bekommen Aber Es ist einfach so Dass ich möchte Dass die Sachen direkt kommen Sag ich mal Ein, zwei Wochen Wartezeit Und nicht sechs oder acht Wie es am Black Friday ist Weil wir produzieren dann erst Wenn wir wissen wie viel Bestellt wird Deswegen haben wir Dieses Mal wieder Stückzahlen festgelegt Sehr sehr hohe Höher gesteigert Als wir das sowieso Jemals zuvor gemacht haben Und es ist Ja gut Selbst wenn man mal so schätzt Wenn das so 50.000 sind Mal 70 Euro Sind das 3,5 Millionen 3,5 bis 4 Millionen ungefähr Ich meine Der behält natürlich davon Wahrscheinlich nicht alles selber Ne Davon müssen ja auch die Kosten Bezahlt werden und so Aber ich finde halt generell Muss ich halt einfach mal sagen Dass man mit Klamotten Wirklich so eine unfassbar Große Gewinnspanne hat Also das ist halt Wirklich lächerlich Zum Beispiel bei uns Ist es ja auch so Wir haben jetzt auch schon Den neuen Also ist ja kein Wirt Unsere neuen Sachen halt bestellt Ich kann übrigens schon Liegen Digga Zwei T-Shirts Ein Hoodie Und Keine Ahnung Was das an Stückpreis kostet So und für was Du es dann halt verkaufst Im normalen Preis Einfach ohne dass es jetzt Irgendwie Ohne dass du es jetzt halt Wirklich teuer machst Sondern einfach so Der Durchschnittspreis Digga Das ist halt heftig Also Das ist krass Wenn du da pro T-Shirt Irgendwie Keine Ahnung 16 Euro Gewinn machst Jetzt minus Mehrwertsteuer vielleicht noch Und guten Mitarbeiter Und so weiter Ist das halt schon Wirklich sehr sehr krass Oder ich sag mal Wenn du bei Peso da bist Ich meine die haben ja Wirklich riesige Stückzahlen Wahrscheinlich zahlen die pro T-Shirt Vielleicht einen Euro Oder zwei Vielleicht drei Kommt keine Ahnung Irgendwie sowas Das sagen wir selbst Wenn die vier Euro Pro T-Shirt bezahlen Wenn du mir überlegst Alter Wenn die dann 30.000 T-Shirts verkaufen würden Alleine Ja Für 80 Euro oder so Und die pro T-Shirt Irgendwie 70 Euro Gewinn machen Das ist schon heftig Das ist trotzdem wieder Sofort ausverkauft Ich weiß nicht Was ich hier noch machen soll Natürlich erhöhen wir jetzt Für die September-Oktober-Kollektion Noch mal mehr die Stückzahlen Und jetzt ist einfach die Frage An euch Leute Was Möchtet ihr lieber Soll ich die Bot-Protection Runterschrauben Dass keine Stornos mehr vorkommen Sondern nur die Leute Die wirklich keine Ahnung 20 Sachen bestellen Oder soll es so bleiben Und es gehen auch unschuldige Leute Darauf Also Bestellung der unschuldigen Leute Darauf Ich nenne es jetzt einfach unschuldig Ihr wisst ja was ich meine Es ist einfach für mich So voll der Zwiespalt Weil ich Nicht weiß wie ich das Handhaben soll Ich meine ich möchte Ihr Versteht mich bitte Ich möchte es jedem recht machen Ich möchte Das sollte auch gar kein Fronto Gegen Peso oder sowas sein Ich meine keine Ahnung Ich trage hier gerade Inso einem Pullover Der hat mich 100 Euro gekostet Damals und ich glaube Der ist wahrscheinlich Für einen Euro hergestellt worden Wenn überhaupt Meine Hugo Boss Hosa glaube ich auch Die war glaube ich im Sale Der hat glaube ich 70 gekostet Die kostet so über 100 Ich glaube die wurde auch Für einen Euro zusammengenäht Also das soll Das war jetzt gar kein Irgendwie Fronto oder sowas Ich finde das einfach generell krank Wie viel Geld man einfach So mit Mit Mode halt machen kann Wenn du ein paar Käufe hast So das ist halt mega krass Zum Beispiel Wir haben ja auch Jetzt nicht die größten Finanziellen Sachen gehabt Wir haben relativ Wenige Stückzahlen gehabt Also weniger als 32.000 Auf jeden Fall Und Haben wir geholt Keine Ahnung Aber wenn sich das alles verkauft So Digga Das ist heftig so Wenn alles weggehen sollte Dann bin ich schon reich Quasi Da habe ich schon ausgesorgt Das ist halt krass Was für eine Gewinnmarge Du einfach mit Klamotten hast So ganz allgemein Jeder happy ist Und Also außer die Reseller So Für mich ist es natürlich Weniger Kopfig Und leichter verdientes Geld Wenn ich einfach keine Bordprotection habe Ich drehe mich jetzt hier im Kreis Mit den Aussagen Ich denke jeder Wird verstehen Was ich meine Nur Ich weiß nicht Was ich machen soll Wir haben Ja keine Ahnung Also kann natürlich schon sein Dass die Peso Sachen Eine bessere Qualität haben Dann wurde T-Shirt Vielleicht für 6 Euro Hergestellt Oder sowas Ich sage mal Aber mit den Stückzahlen Geht das Ich meine Wenn du Wenn du sagen wir 10.000 T-Shirts Von irgendwas holst Dann ist klar Dass der Stückpreis halt mega gering ist So Das ist halt immer so Ja nur bei mir Also ich glaube schon Dass das eine gute Qualität ist Jetzt aber mal so Zum Vergleich Zum Beispiel Ich hole mir nie wieder Hugo Boss Schuhe Weil die zwar mega Also schon teuer sind Auf jeden Fall Aber die Qualität Ist einfach so kacke So also keine Ahnung Das ist halt Da geht immer die Sohle raus So du läufst damit halt 20 Minuten rum Und die Sohle ist einfach Locker und fällt raus So oder ich habe mir Zum Beispiel auch Eine Hose geholt Letztes Jahr Im Sommer Und da ist einfach dann Wo dieser Gummizug rauskommt Womit du es halt zumachen kannst Ist einfach rausgegangen Und wenn ich halt immer Die Hose zugemacht habe Dann ist irgendwann Einfach der Stoff da kaputt gegangen Das heißt so Da wo normalerweise der Gürtel ist Ist jetzt so ein 5 10 Zentimeter langes Langer Riss in der Naht drin So wo ich mir auch so denke Junge ich habe die Hose jetzt Ein Jahr getragen So und die geht direkt so kaputt Ne und Ja das wollte ich Deswegen also Aber ich glaube schon natürlich Dass Peso Ich habe noch nie Ein Teil von Peso Tatsächlich angehabt Aber ich habe schon öfter Auf jeden Fall gehört Dass die eine ziemlich gute Qualität haben Ich glaube 8000 Bestellungen storniert Einfach weil das Weil diese Leute 20 T-Shirts oder so bestellt haben Dann posten Leute Stornomales 5 Stück Ja Zu Recht Du hast 5 Bestellungen gemacht Es kann ja sein Dass er 5 Pieces Für sich wollte Aber für uns Ist dieses Resell Risiko Einfach zu Und ich Man kann auch nicht Also man kann den Warenkorb Beschränken Ja irgendwann kommt er bestimmt Peso bei diesem Aber dann bestellt Ein Bot Ein Bot bestellt einfach mehrmals Packt sich alles In eine Bestellung Und hat das dann umgangen Das ist Es gibt einfach Nicht so eine faire Lösung Deswegen Bitte Leute Schreibt mir gerne Eure Vorschläge In die Kommentare Wie ich das in der Zukunft Handhaben soll Ja das ist echt schwierig Eigentlich Mein Vorschlag Ist einfach in der nächsten Kollektion Keine Ahnung So ein Stückzahl Nochmal zu verdoppeln Ich würde es halt Also ich persönlich Würde es einfach so machen Dass ich das halt nicht limitieren würde Sondern du kannst ja quasi Den Drop rausbringen So und keine Ahnung Sagen wir mal Der Der bringt einen Drop raus Und insgesamt hast du 100.000 Sachen davon So Ähm Also du hast 100.000 Pieces So Und die bietest du im Shop an Und wenn die weg sind Dann kannst du immer noch bestellen Aber hast halt Eine längere Lieferzeit Was weiß ich Je nachdem wie viele Leute Das halt noch bestellen Ja also dass du es quasi Nachproduzieren lässt Nach Bestellung So und ich glaube Bei Black Friday Hat man schon auch Ein paar Wochen warten müssen Bis halt die Sachen da sind Ähm Und ähm Genau so was würde ich das machen Weißt du dass man einfach immer Sachen da hat Oder dass man generell einfach So von allen möglichen Kollektionen Die halt rausgekommen sind Einfach nochmal was nachproduzieren lässt So das müssen ja keine 30.000 sein So wenn du von jedem Shirt Von jedem Pullover Nochmal Keine Ahnung 1.000 nachproduzieren lässt Dann kannst du das ja nochmal holen Und dann kannst du das ja nochmal holen so Und einfach zu schauen Äh Ich persönlich feiere einfach so Drops nicht Also ich feiere es viel mehr Zum Beispiel sowas Wenn du halt einfach online so shoppen kannst Natürlich lagern die Sachen irgendwo Und lagern vielleicht auch ziemlich lange Oder gehen nicht weg Klar das sind halt Sachen Die auf jeden Fall passieren Aber ich selber So ganz subjektiv Feier es halt viel mehr Wenn du so in den Laden reingehen kannst So H&M Oder Kick natürlich auch gerne Ja oder C&A Und dann kannst du da einfach shoppen Und kannst die Sachen einfach mitnehmen Ohne dass du halt weißt So davon gibt es halt noch 5 Pieces Und wenn ich die nicht kriege sind weg Aber es ist wie gesagt Meine persönliche Meinung einfach Wenn Leute halt Drops oder sowas Mehr feiern Dann ist das ja auch komplett in Ordnung Aber ich finde So unlimitiert Einfach in Ruhe shoppen zu können Finde ich halt viel angenehmer Ich würde mir den Stress Auch gar nicht machen Da irgendwie genau um 0 Uhr Irgendwie eine Bestellung aufzugeben Um da irgendwas zu kriegen Es wird mehr Bordbestellungen geben Es wird mehr Reseller geben Aber auch mehr zufriedene Leute Die dann halt nicht storniert werden Ich weiß nicht was du sonst machen soll Es gibt auch schon diverse Memes So wo Leute picken von mir Posten und schreiben Ah heute mal wieder Peso Bestellungen stornieren Gar kein Bock Ja Ich könnte auch drüber lachen Wenn ich jetzt nicht selber In der Haut stecken will Weil ich verstehe auch Dass die stornierten Bestellungen Da auch nicht drüber lachen können Aber Es ist ja nicht so Dass ich so da sitze Und willkürlich so schau Wer nehme ich jetzt hier Ach den Arschlo Gehe ich jetzt einfach mal Das ist ein manuelles System Ja keine Ahnung Aber Burrows Ich meine Die Sachen werden doch nicht besser Nur weil sie limitiert sind So Ich meine keine Ahnung Dann kauft es halt nicht jeder Zweite Aber das macht dein Das Ding ja nicht besser Du sollst dir einfach das Anziehen was dir gefällt Und Wenn dir halt das gefällt Was halt jeder Zweite trägt Dann ist das doch auch nicht schlimm So ist Doch dann dein Style Das sind doch deine Sachen so Sie die Entschuldigung annimmt Und ich Das ist eine junge Marke Ich versuche mit jedem Drop An Erfahrung zu gewinnen Und damit zu wachsen Aber Viele Leute haben auch das Fall verstanden Dass ich eine Story gehostet habe Ja Leute Ich kann da nichts für Es war ja nicht der letzte Pesojob Wir können beim nächsten Mal Das gerne nochmal versuchen Ja das hat mir auch jemand Verschämt Ich meinte das nicht ansatzweise Unverschämt Ich wollte einfach nur Viele Leute besänftigen Aber dass ich Dann durchgehend Ununterbrochen Hate Kommentare bekomme Und so weiter Das finde ich einfach nicht fair Weil ich versuche einfach nur Das allen Leuten recht zu machen Es tut mir super leid Falls eure Bestellung storniert wurde Und ihr da gar keine bösen Hintergedanken hattet Und nicht restylen wolltet Sondern das für euch Wolltet Ich kann es leider nicht ändern Das ist einfach Eine Maschine Die das Auswählt Ja Ich hoffe ihr Konntet mir so ein bisschen folgen Wie gesagt Das Video soll gar nicht spontan Und ich sitze hier ab morgen Ja klar Bei dem Levi's Shirt Oder Levi's Weiß man ja auch nicht Wie das ausgesprochen wird Keine Ahnung Digga Das ist halt Also ich kann das halt Auf jeden Fall schon verstehen So ne Aber ich verstehe auch nicht Warum er das überhaupt getragen hat Also das war ja unkreativ Das war ja einfach nur das Logo So keine Ahnung Also wer das damals getragen hat Ist sowieso ne richtig komische Person Und einfach nur Mitläufer Super viel zu tun Und äh Ja Ich hoffe einfach Dass das äh Dass ich ein paar Leute Von euch besänftigen konnte Es ist ich Klar Leute sagen zu mir Ja du hast so ne große Marke Das musst du noch in den Griff bekommen Ja wenn es so leicht wäre Es gibt keine perfekte Lösung Deswegen schreibt mir gerne Auch Vorschläge in die Kommentare Und äh Ich denke ich werde dieses Video Auf einmal an Karte hochladen Boah Digga Ist halb so wild Du hast den ankert oder was Ruhe meine Emotionen jetzt gerade Und die wollte ich mit euch teilen Ich weiß nicht was ich ganz noch sagen So Leute Verzeiht mir bitte Falls ich ein bisschen neben der Spur bin Aber es belastet mich persönlich No Job Ich kann mich gar nicht darüber freuen Dass es zu Out-Out ging Obwohl wir gedacht haben Dass es eine Woche oder zwei Online bleiben wird Das ist das war Der beste Job Den wir jemals hatten Und dass jetzt so Leute Unglücklich da raus gehen Obwohl die dann Keine Ahnung 15 Minuten in der Warteschleife hingen Und äh 20 Minuten auf der Seite gewartet haben Und sich so auf die Sachen gefreut haben Auch und Ich kann es 100% nachvollziehen Es tut mir von herzen leid Ich kann es Ich kann da jetzt nichts machen Falls ihr Fragen zu eurer Bestellung habt Oder irgendwelche Rechtfertigungen Und so Bitte an info At PesoClaw.com Eine Mail schreiben Ich kann euch in den DMs nicht weiterhelfen Nicht ansatzweise Nur der Support Das Support Team Die wirklich fast Tag und Nacht Arbeiten Einfach nur um da hinterher zu kommen Das ist unfassbar Ja Ich hoffe Ich konnte da jetzt ein bisschen Klarheit reinbringen Und dann sehen wir uns Ich lade das Video einfach heute hoch Wir sehen uns morgen nicht Sonntag ist ja freier Tag Das Fashionpack Opening Was heute auch online kam Das hat sich einfach vorproduziert Ja gut Ich glaube das war es Ja also wie gesagt Keine Ahnung Schwierig Ich kann ihn auf jeden Fall verstehen Und finde es auch nicht weiter tragisch so Dann haben wir halt ein paar Pech Was soll man sagen Okay thanks